Hallo, hier ist Boba Fett und ihr seht jetzt eine Runde galaktischer Angriff mit Hightougar und Gigagreevy. Denn tot nützen sie mir nichts. Viel Spaß euch. Wir sind zurück auf Yavin 4 hier und das sind Hightougar und ein Bier... Was? Ah! Also mal hast du Scherestein Papier dabei? Äh, oh, warte. Ne? Ne, warte. Nein. Nein, 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 nein. Guck mal, hier sind wieder die fetten Viecher. Hallo. Oh Gott. Du mir schon ein bisschen leid. Wir sind fürchterliche Menschen. Ja, die Täter ruft gleich an. Ich sag's dir. Alter, der ist hier gestorben. Hallo. Guten Tag. Sein Schild ist down, sein Schild ist down, sein Schild ist down. Ich hab ihn. Hier ist keiner. Oh leu, oh ne, okay, ich nehm alles zurück. Ich bin tot. Ich denke ich schon wieder so sehr. Huch. Ich hab's. Schön. Schönes Teamwork, schönes Teamwork. Das ist mir am Gefallen. Nein. La 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 la. Düb, 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 düb. Au. Ich generiere dich. Hab ihn. Geil. Hast du das gesehen, wie ich das gemacht habe? Leider nein. Oh nee, da guckt immer der andere raus. Ah. Und Nummer zwei ist auch down. Darf ich mal sagen, dass ich schon wieder genug... Nein. Nein. Irgendjemand hat gerade Boss genommen. Oh mein Gott. Weißt du, wen ich da nehme? Ähm, ähm, wie muss ich denn sonst... Grievous. Nein. So und dann? There's always room for one more in the cargo hold. Okay, ich komm gerade spontan nicht drauf. Oh, was fällt, Alter? Ach, wo war fällt? Oh Gott. Okay, ich bin fast tot. You're no good to me, Deadpool. Oh, what's that? A missile bat-pack? Well, I guess you'll be right of a fucking bird attacks. Ich wünschte, die würden nochmal wieder Konzerte geben. Mal sehen. Oh ja, geht auch in Deutschland. Mal sehen. Die machen jetzt ja erstmal ab, äh, also noch diesen, äh, im Frühling kommt ja noch die sechste Staffel. Ich freu mich. Falls jemand jetzt nicht weiß, worüber wir reden, es sind die Epic Rap Battle of the 3. Genau. Kann das gar nicht, ich hasse, die Map ist halt mit Boba Fett richtig gemein. Ja. Weil du eben, du kannst die richtig, richtig von den Dächern runterballern, also du kannst von den Dächern aus auch alles runterschießen, so. Hallo, guten Tag. Hallo. Das war der Spruch. Piep, piep. Roger, roger. Roger, roger. No, das ist ja einfach jetzt hier. Das ist ja wie Picknick. Oh Gott. Okay, das war richtig eng. Das war richtig, richtig eng. Ach, das ist ja wie Picknick. Oh, ist das eng. Weil das Lustige war, ich dachte mir so, hm, ich setze mal lieber meinen Scan ein, nicht dass gleich einer von der Seite kommt. Und genau in dem Moment kommt ein, so ein Heavy, der dann seine, seine Dingsboom-Scan anschmeißt. Ist ja natürlich. Ich werde sterben. Genau. Genau die. Boah, ich krieg grad so viele Punkte. Punkte bekomm ich auch, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow. Ich bin auch nur Platz 7 gerade. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, Mensch, ich bin ein Carry, ein Harder Carry oder so. Aber wir waren schon besser. Wir können, wir können mehr. You are no match for me without you, you are a monster. Ich darf mal helfen spielen. Ich glaube, der Imperator ist auf allen Karten, ein Must-Pick kann das sein. Echt jetzt? Ich glaube ja, weil der wird ja auch schon wieder gespielt. Ja gut, er hat ja diesen komischen Stun, ne, dass das so verlangsamt alles ist. Ja, der Cat-Pits. Schon heftig. Und er kann Leute verlangsamen, genau. Oh, jetzt muss ich aufpassen, weil auf der, auf der Position hier bin ich schon leicht gefundenes fressen und ich habe halt nur noch 176 Leben. Aber das war doch einfach. Vor allem, wie hier alle Helden rumrennen. Guck mal. Doku City ist Grievous, Vader, Bosk und Kylo Ren. Wie viele Helden sind das? Ich glaube, das sind alle. So ziemlich, ja. Das ist ja der Wahnsinn. Oh Gott. Oh, 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 ich werde sterben. Ich sehe es kommen. You are no match for me without the aid of your monster. Oh, du dummer, dummer, dummer Rebell, äh, Stormtrooper. Aber ich hätte, ich hätte, ich hätte, ich hätte Luke, das ist ein bisschen nervös. Ich bin tot. Ich hätte Luke, Kylo Ren. Kann ich jetzt Boss spielen? Nein, kann ich nicht. Ich habe nicht genügend Punkte. Ich habe nicht genügend Punkte. Lief mal den Grievous. 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 Das wird auch nur so ausgesprochen. Das ist auch so ein Name, ey. Den habe ich schon so oft in so vielen Varianten falsch geschrieben gesehen. Das tut echt weh. Wo bist denn du eigentlich? Was machst du denn da alleine schon? Ich bin gestockt. We need Lieutenant Data back! Ey, ich glaube den Grievous, den hole ich vor allem ein bisschen Big Barbrot. Ja, das ist ja easy. Easy win, würde ich sagen. Is over! Oder! Nein! Oh, Lando war so lau! Lando war so lau! Aber egal. Sieg ist Sieg, Leute. Sieg ist Sieg. Schön, wie sie da wegfliegen. Die Shuttles. Ich bin nicht mehr in der Top 5. Ach doch, da stehe ich ja. Aber von den Eliminierungen her war ich jetzt auch nicht gerade super aktiv. Nö, ich hab auch, ich hab glaube ich nur 25. Ne, ich hab 11. Äh, 11. Habest du denn die 25? Ja, nur das ist 25. Äh, 11. So, jetzt mach ich mal die Tür zu, weil meine Waschmaschine dreht schon wieder völlig am Rad. Und das im wahrsten Sinne des Wortes... Warte mal, vielleicht hört man das sogar. Warte mal, sei mal still. Wahrscheinlich eher nicht. Nee, nee. Oh, guck dir mal die schönen Bäume an. Ja. Oh. Es wäre eine Schande, würde die irgendjemand abholzen. Stell dir das mal vor. Im Star Wars Universum würden die übelst hier den Planeten roden. So komplett. Warte mal, woraus bestand die Starkiller Basis noch gleich? Hm. 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 Wollen wir hier gemeinsam links verteidigen? Ja, würde ich sagen, weil der Punkt fällt auch immer recht schnell. Der Punkt. Ja, hallo, da müssen wir aber mal hin. Ja, ich muss mich im Kuss heilen. Ich komm hier nicht hoch. Ich bin tot. Aber du bist alleine. Ja, guck mal. Nice. Nein, nein, nein. Aua. Das waren zu viele. Aber es sah schon beeindruckend aus. Musst du zugeben jetzt. War schon ganz sick. War schon ganz sick. War nice. Kriegen wir es noch? Ja, wir haben es. Wir haben es. Ach, wie geil. Ach, krass. Da ist schon wieder einer dran. Da ist schon wieder einer. Oh Mann, die machen immer dieselbe Taktik. Aber weißt du was, das kann ich auch. Wow. 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 Okay, das war eine Nullnummer. Wir waren gerade im Westen. Im Westen nichts Neues. Ich komm nicht da durch. Jetzt ist meine Granate in der Laterne hängen geblieben. Oh ne, ich bin schon wieder tot. Ach, meine. Hilfe. 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 Wow. Wow, wie viele da sind. Ach, Mann ey. Luke, jetzt mach doch auch mal was. Jetzt was? Hinter? Oh Gott. Oh, Bubba. Da ist ja Darth Vader. Hier ist Bubba Fett. der hat meinen trick gemacht und sich immer auf die dächer zu stellen hilfe ja gut wird dann doch jetzt langsam ein bisschen knapp ist oder auch nicht was ich zieh drauf meine steuerung zieht nach links er zieht auf mich seine steuerung zieht nach rechts und wer stirbt du bosch ist low ich bin da und was war denn das hat das war auch was karten minen herangelegt ich bin so schlecht 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 Ich bin Chewie. Aber ich weiß nicht, wie man ihn spielt. Wow. Wow. Ernsthaft. Oh nein, 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 nein. Das macht ihr. Ihr werdet sterben. Ihr werdet sterben. Wir hatten es doch gerade. Ja. Hatten wir auch. Ich hab Count Dooku. Ups. Ja, der Imperator ist auch noch da. Wir haben es. Schön. Yes. Schön, schön, schön. Oh, was anderes hätte ich auch, glaube ich, gerade nicht akzeptiert. Sieg. Das war ein ganz schönes Durcheinander, kann das sein? Ja, ich bin auch richtig oft gestorben. Ich habe eine KD von... Moment, 7 durch 9. Irgendwas mit 0,8. Wow. Wir sind nicht mal in der Top 5. So schlecht waren wir, Kai Duka. Ja. Aber guck mal, der Boba Fett kann ganz schön abgeräumt werden, muss ich schon sagen. Ja. Respekt. Ich habe eine Einsatzzielpunkteplation, bin ich Zweiter von 40, Kampfpunkteplation bin ich Vierter von 40 und am Ende bin ich dann Zehnter von 40. Ah ja. Das ergibt Sinn. Ich habe, wo stehe ich, wo sehe ich denn das? 17 Eliminierungen und sieben Verluste und zehn Assists davon. Hm, naja. Komm, wir gehen mal raus hier. Komm, wir gehen mal raus hier. Ja. Leute, das war's mit Star Wars Battlefront 2 auf Yavin 4 mit dem Haetuga und mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.